so viel deine restlichen wasserflaschen sind hier noch drin jetzt sind deine okay ich habe aber schon zwei ich lasse jetzt da drin und deswegen sage ich jetzt nur das war selten dämlich ja das ist aber auch voll blöd zwischendurch komme ich da so ohne weiteres runter wie geht man jetzt hier runter das habe ich immer noch nicht verstanden so ist eigentlich langsam normalerweise funktioniert das oder du drehst aber ich habe mich gedreht ich habe mich verletzt du bist durstig ich würde gerne zu unserem haus eben das fleisch dort schon mal ja du solltest dich vielleicht schon mal auf den weg machen ja ich bin ja der menschen ich brauche ein bisschen jetzt bin ich durstig schon wieder was geht mir so oft wasser kann ich da lieber lassen jetzt hast du mir geholfen bei stein wo hast du den stein gelassen ach die habe ich ja danke ja aber kann ich schon mitnehmen ich habe auch noch leben dann kann ich schon mal buchstein machen buchstein wird willst du mit buchstein ich brauche doch nicht ich brauche pflasterstein oder pflasterstein wie das auch immer heißt ich sage immer buchstein alleine wegen minecraft ausdauer habe ich genug ich bin nur lahmarsch ich kann nicht weg ja komm her zu mir ich weiß du hast mich gerade das ip gekriegt also auf jeden fall habe ich mich gesehen ich bin der rumpelrumpelkerl und rumpelrumpel gern ich zwar nicht aber reparieren reparieren ich rufe nach haus ich rufe nach haus vielleicht kann ich auch eigenes speck jetzt gleich machen nicht genügend ausdauer ich bin durch irgendwelche mutsch tassen weil es der nummer gruseliger ist so gut ich rufe nach haus die steigen diese blumenkühle oder so abbaust ich habe mich jetzt noch eine zweite band reingezogen für draußen müsste ich noch mal gucken wie ich das hinkriege ja das war schon wieder 50 steinginner sind fünf dinger da nur denk dran dass du besser zu hause bleibst um 22 uhr geht los dann sind die ein bisschen schneller du mit einem broken bein nicht gerade unbedingt schneller ich versuche jetzt gerade nach hause zu kommen du bist immer noch auf dem weg ja ich dachte du wärst schon längst zu haus der schulen das wieder am asche spielen ich werde mich jetzt gleich da ein ohne wohnung mit der jene Oh ja, ich bin 100% nass Ich hab keinen Regenschirm Alter, was Ist denn das? Warum denn direkt mit Gewitter? Alter, da denkst du auch jedes Mal hinter dir steht ein Zombie Ja, ich versuchte gerade schnell den Zombie Weil der mich nicht sieht Scheiße, too late Ja, ich weiß, ich hab nicht genug Ausdauer Hey Zombie-Schwester Oh, die ist tot Ich hab Zombie-Schwester gekillt Okay Ich komm nicht schneller vor als das Ja, das schaffst du aber schon Ja, das nervt aber, weißt du? Oh nein, jetzt hab ich auch noch Hunger Ich hab nichts mehr zu essen Also ich hör jetzt die Zombies so schlecht durch das Gewitter Bin ich nur am stören? Na, ich komm jetzt eh zurück Alles gut Ich hab gedacht, du wolltest Lass, ich hab nichts zu essen mehr dabei Das ist ja okay Ich könnte mir ein Bier trinken, aber das hilft mir auch nicht gerade weiter Nee, dann sie ist ja verschwommen Aber hebt, glaub ich, die Ausdauer, ne? Das ist ja richtig Das war so in der Nähe Kaffee, glaub ich, auch Könnte ich jetzt auch trinken Ich bin hier am schleichen, wie sonst was war Das merkwürdig Man tüchtig Soll ich die Kübel schon Was du hier eigentlich rausgenommen hast Oder ich Was? Die Nur du Die Holzkübel, man sagt Ja Na ja, die hat ihn nicht rausgenommen Die hatte ich in der Tasche, die habe ich verbaut Oh, Alter, was leckt das jetzt gerade so Wie kann ich nochmal einen Rahmen herstellen? Ich bin ja schon gleich da Erstmal muss ich den ganzen Dresschen loswerden Uh Alter, was leckt das gerade? Durch den Regen jetzt oder was? Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen gewaltig Video Videoeinstellungen Du bist lustig Ja, auch noch das Texturfilter Ultra Plus Ne Ultra reicht Wenn Mach ich einfach auf hoch So, zack Hoch reicht auch So, hier sind noch zwanzig Eier Dann kann ich nämlich Speck mit Ei machen Und den Rest verbrat ich im Jetzt wurde wieder hell oder was? Bin ziemlich falsch Albern Verarsch, albern Verarsch, albern Aktionen Video Qualität Ultra Was habe ich Qualität? Oh, reicht doch Warum denn immer alles auf Ultra Plus? Ich weiß es nicht Mach mal ein Mesh Mesh Distanz auf 100 Reicht doch vielleicht auch Oder? Oh, ne, reicht nicht Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Mesh Distanz auf 100 Ist auch ein bisschen doof Das habe ich jetzt nicht So Das ist Katzenfutter Die Tees tue ich auch mal Und den Honig mal bei Essen rein Ne? Mhm Hier ist noch Leben Und Steine haben wir hier auch noch gemacht Das Eisen Ich habe auch Sand bei Durchs Graben habe ich auch Sand ein bisschen Bekommen Ein bisschen Sand muss sein Auch wenn nicht die Sonne scheint Ich bin der Sonnenschein Dass jemand quietscht Finde ich nicht so fein Mais Anbau Ist noch Anbau Okay Ist auch noch Anbau Anbau Okay Du bist da Ich würde schon sagen Ich habe nur zu gemacht Also Steine haben wir 2000 Und hier ist 1300 Leben drin Achso Hier kann ich auch einfach so Fub machen Sand Zwei leere Gläser hätte ich jetzt noch Was soll ich denn mit diesem komischen Zeus hier machen Das tue ich jetzt hier mal rein Hier so Eichelsamen und Kiefersamen Da kann ich hier nichts mit machen Kann ich jetzt endlich mal an die große Kiste immer noch nicht Meine Bitte Sofort Ich gucke gerade Du hast schon ein bisschen was übersehen So Stahlvorschlaghammer Teile Leere Dose Was kann man denn daraus machen Eine leere Dose verschrottet Oder beim fertigen benutzen kannst Kaffeebohne Goldrote Samen Die gehören auch gar nicht mehr hier rein Messing gehört auch gar nicht mehr hier rein Goldrote Pflanze Der gehört hier auch gar nicht mehr rein Wir haben Antibiotika Jaja Wir haben auch Schmerzmittel Das kommt auch da raus Das kommt auch da raus Zement haben wir Damit haben wir dann auch hier oben Zement Oder Mörtel ist das glaube ich Ne das ist Betonmischung Kleber haben wir auch Hier sind auch noch Steine Leder habe ich dazu getan Leere Dosen Habe ich mir gerade schon mal leere Dosen gehabt Ammon und ihr ist Kaffeebohne Hülschiefer Kohle Kohle hätten wir auch Kohle gehört auch gar nicht hier rein So Schießpulver gehört hier rein Das ist auch ein Messing Gehört auch gar nicht mehr hier rein Kann man nicht stacken? Doch Kann man sogar stacken Aber die Fädie stackt irgendwie nicht Die Doch Ich drücke eigentlich nur Oder So Blutbeutel Schraubenfeder Was hast du das? Das ist Blei Blei geht auch gar nicht mehr hier rein So Kurzes Eisenrohr Gehört auch gar nicht mehr hier rein Da kommen nämlich die Pfehlern hier oben hin Ah Trübes Wasser und Chrysanthemum Da kriegt man Farbe Kleber Trübes Wasser und Knochen Antibiotika muss man erlernen Natürliche Antibiotika muss man auch erlernen Ja Was denkst du denn? Kaffee So Messing ist hier drin Rohre kommen auch hier rein Kohle kommt auch hier rein Auf einem hohen Niveau Und wärmt dich für begrenzte Zeit Also Kaffee wäre aber nicht so schlecht Ich hab Warum hab ich zwei Eisenschaufeln und seh die nie Was soll der Scheiß? Ah ne Nicht zwei Eisenschaufeln Ist ne Eisenschaufel auf Stufe 2 Ah Wenn du Großvaterst und irre Soße trinkst Kannst du besser mit den Händlern Falschen No So Das ist ein bisschen besser jetzt notiert Ach ich brauch was zu essen ganz dringend Das war's Kann ich mal eben was zu essen mir nehmen bitte? Danke Also das Rezept erlernt man mit dem Buch Ich nehme mal die sieben Fleisch ne? Ja mach mal Metall ist hast du hier hinten drin Alles da genau Alles da hinten drin Dann räume ich das jetzt mal eben um Ich hatte hier immer was gesehen Also die Kupferrohre wahrscheinlich auch Der Zement auch Wo ich das hier immer da hin Wenn wir eh schon hier wo kommen Ähm Genau das wollte ich mal gucken Ja Schneewelle Ja Ja So Fahrrad Dafür brauchen wir ein Rad Haben wir ein Rad? Weiß ich nicht Kann man es herstellen? Ja Da brauchst du geschmiedetes Eisen Kunststoff Abfall Öl Kohle Und Flasche mit Säure Öl haben wir glaube ich Säure weiß ich jetzt nicht Muss man eh mal sortieren Warte mal Wir haben Öl Ja brauchen wir Tu das einfach dann hier Hier warte mal Wo bist du? Achso da bist du Tu das einfach da wo die Lampe draufsteht Da drunter ist ja auch so ein Unterschrank Tu den da sonst einfach da rein Öl Kunststoffabfall Flaschen mit Säure What noch? Äh warte Geschmiedetes Eisen Kunststoffabfall Öl Kohle Flasche mit Säure Kohle hab ich hier vorne Kohle hab ich Hier Und was hab ich gesagt Geschmiedetes Eisen Hab ich auch hier Genau das einfach da rein Unten irgendwo reinlegen Das ist komisches Zeug Ich weiß nicht Was wir da mitmachen sollen Dann hätten wir schon mal ein Rad Ja Ich glaub wir haben noch Keins in den Kisten Doch wir haben ein Rad Haben wir Ja dann gib das mal her Weil wir brauchen nämlich E2 Und das müsste das da unten rein Beziehungsweise Eigentlich braucht man sogar Warte mal Dann muss ich drei Räder herstellen Ne? Ja Theoretisch ja Ein Rät haben Ein Rät haben wir Oh nein Ich brauch Ach Ich brauch bestimmt ne Werkbank dafür Nein Die Werkbank müssen wir noch bauen Mhm Irgendwie hör ich Zombies Irgendwie auch Na warte hier muss ich schon reparieren Das heißt sie sind hier Siehste Oh Na komm her Na komm doch her Junge Komm gleich raus Ja Fähig sich genau vor mir zu stellen Das ist immer Na jetzt kann ich Warte mal So Jetzt ist er weg Jetzt kann er weinen Ja Alter Das ist immer was am Suchen bis weisse Ansonsten sieht gut aus hier draußen So Zerbrochenes Glas Eine Werkbank Eine Bank bräuchte nochmal ne So ne Ah jetzt liegt er genau da tot rum ne Der Trottel Da muss ich ja die eben hier rein machen Uh Kann nämlich nix hier Jetzt kann ich rein machen Soll So Oh nein Jetzt hab ich das falsche gebaut Mann Ah Ja Fähig Musst du gleich aufbrechen hier alles Ich hab das falsche gerade gesetzt Ja gleich Kannst du nachher alles aufbrechen hier Ähm So Werkbank Genau Werk Werk Bank Für ne Werkbank Brauche ich fortgeschrittenen Ingenieur Ich glaube ich kann das sogar Kann ich jetzt schon lernen Warte mal Warte mal Warte mal Charakter Da Fertigungen Wo ist denn der Ingenieur Wo ist denn der Ingenieur Fortgeschrittener Ingenieur Na da brauche ich noch ein bisschen für Äh Tüftler Da brauche ich Intelligenz Level 4 Intelligenz Level 4 Kaufen wir mal Ich hab einen Punkt dafür Zack Ich dachte wir könnten schon die Werkbung machen Mist Genau Ich wollte mal gucken wie man eine Schiene craftet Das wäre nämlich mal interessant Und So danach könnte ich Tüftler machen Tüftler Oh ich hab ein Zielfernrohr Ja Tüftler Dingschein an Werkbänken Du bist jetzt ein Schmied Du kannst Dinge auf Eisen und andere Metall aufhärter Ja gut Beim nächsten Mal kann ich Tüftler machen Liebe Fade Dann tue ich die Sachen jetzt einfach mal Warum hab ich denn jetzt zwei Metallschockdinger Ich hab jetzt drei Reifen Die Reifen tue ich jetzt hier rüberlegen Das Kunststoffgedöns auch Das Öl auch Ich brauch jetzt Ich wollte irgendwas Ah ja genau Ich wollte geguckt haben was so eine Ähm Schiene war das glaube ich Ne Schiene Was du dafür brauchst Ich hab hier jetzt mal so einen Elektroschockstab hingelegt Ähm Äh Das ärgert mich jetzt natürlich Dass ich total die falschen Holzdinger hier gebaut hab Vielleicht brauchen wir einfach auch eine Tür Schiene Aber ich weiß nicht wie man eine Tür baut Ah so Gewand Ja und wann komm ich hier mal raus Ich hab ja nicht so eine gute Axt wie die Fee Ja ich suche was anderes gerade Ich suche gerade eine Schiene Und ich find sie nicht Ja und ich find ich Muss hier raus Gerade Stofffetzen Klebeband Okay kann ich mir eigentlich herstellen Dann hab ich wissens Ja warte ich komm ich helfe dir Ja jetzt brauchst du auch nicht mehr Das ist der letzte Block gerade Sorry Ja aber ich wollte eben gucken was ich für eine Schiene brauche Also Holz Stofffetzen So Mal in die festweise hier setzen Wenn ich die Fee eingesperrt dann Ich kann mich ja wieder aussperren Ne mit den Dingern kannst du Kommst du wieder raus Oh wie war das denn jetzt Jetzt hab ich jetzt schon wieder nicht Holz Ach Klebeband Das ist ein bisschen schneller mit Wasser Ich hab noch über ne Stunde Machen wir denn Klebeband Äh Wenn im Großen Ne Ich hab schon In der großen Kiste ist Klebeband Ne in der kleinen Bar Oh nein Ja das ist weil du immer so komisch sortierst Ne Der hat mich gar nicht sortiert Ich hab Natürlich sicher Ich hab da den letzten schon mal angefangen zu sortieren Alles Da kommt jetzt nix Oh ich bin wieder schnell unter Ja ich hab keine Steine dabei Mist Klebeband war aber echt nicht in der Prost Ich hab ja grad geguckt Die 2 Der Gegendstand muss repariert werden Sag mir doch mal was neues Junge Geil noch das sind Medikamente, vielleicht brauchen wir noch was für Medikamente. Ich kann wieder schnell laufen. Ich hab die Schiene angewandt. Du bist durstig, ja, sagt mir, du morgens Junge. Ich bin nicht auf dem Schock. Wir haben zwei Grillrosteln. Das heißt, wir könnten eigentlich rein theoretisch ein Ziel was mitnehmen. Für das andere Haus. Würde ich nicht machen. Was ist, wenn bei Blutmond die kommen und dann da abreißen? Dann ist dann Grillrost weg. Aber willst du das nur für Blutmond haben, oder was? Das Haus da hinten? Ja, sicher. Hier. So, ich glaub jetzt... Andere Grillrost können wir ja lieber, wenn wir hier durch die Gegend erkunden. Irgendwo so eine zweite Base, weißt du? Ja, ja. Ich muss mir gleich mal ne Spitzhacke machen. Also, ein Fahrradlenker haben wir. Den tue ich jetzt mal... Mit in die eine Kiste, wo ich schon die Reifen... Oder wo wir die Reifen jetzt drin haben. Genau das hatt' ich vor. Da wo du die Reifen drin hast, die vier Stück, da tue ich den einen Lenker rein. Und weil ich auch... Dieser Gegenstand muss gar bariert werden. Ja, Lenker kann ich auch nachher bauen. Ja, ich kann schon alles bauen, aber ich bau ne Werkbank. So. Und die Werkbank kann ich noch nicht bauen, weil da muss ich erst noch weiter skillen. Dann könnte ich die bauen. Ich hab kein Wort verstanden. Apo, po, po. Kann nur. Apo. Skill. Wir können auch gleich nen Pulschen machen. Das wär gut. Da würde ich sagen, dann machen wir nämlich ihre nächsten Folge, dann ist es auch so ungefähr Tag. Ähm... Ein paar Häuser unsicher. So ein bisschen hab ich ja jetzt schon, äh, äh, gemacht. Getan. Wo? Dicke. Ah, wo bist du denn weiter? Ich kann nicht beobachten. Das find ich lustig. Der wär jetzt nicht so gut, wenn die in meine Richtung kommen. Deswegen frag ich ja gerade, wo. Äh, rechte Seite von mir. Du bist aber... Ah, der... Nee, noch nicht. Kommt der noch nicht. Ja, dann lass uns die Viecher noch holen, ne? Na doch, guck mal, da kommt schon einer. Hallo? Oh, der ist sowas. Ja, du bist ja schnell. Na, hat die Giraffe, okay, die andere. Also ich komm hier ja jetzt nicht rein. Oh, man auch nicht. Noch irgendwo Bild hier? Da war noch irgendwo einer, ja. Bissen du jetzt hin, du bloß? Zack, Gesicht. der einen habe ich schon gekillt ja, guck mal hier oh da ist noch einer Vorsicht, wir sind schnell, den dran wir sind auch schnell, kann der einer auf die Fresse gekriegt sehr gut, wir brauchen noch IP also von daher oh, Vorsicht, da sind zwei oh, Vorsicht Tante Emma und Tante Emma Aua ich hab keine Ausdauer mehr ja, ich kann auch nicht, warum immer? ja, warum bist du gerannt? noch weniger Verständnis für man rennt ja nicht immer ja da du immer rennen musst stehen man kann schon mal rennen, aber warum muss er nicht da umrand rennen ja, die sind von La... ja, aber dann hast du keine Ausdauer mehr siehst du ja, zack, und dann kannst du keinem helfen da gibt's eh ja auf die Fresse also die sich jetzt im Moment sehr schnell erhöht oh oh ich höre was warte ah, Hilfe oh nein naja, warte nein, jetzt, ach, jetzt hab ich mich ja noch verbunden, ich trottel äh, warte, Messer Alter ich hab ja Vorsicht 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 ist noch keine 4 Uhr, die sind noch ziemlich stark äh, also schnell nicht stark, sondern schnell äh, Wolf wo aus warte, warte, warte Vorsicht, die könnten, wenn da ein Zombie-Wolf ist, die sind auch noch stark, ne kein Zombie-Wolf ist ein normaler Wolf ach, scheiße ach, scheiße ach, scheiße ah, ich muss jetzt so langsam nachladen ach, ist noch maler Wolf ja, ich hab auch mit, äh, Pfeilen geschossen falls du irgendwo einen Pfeil noch siehst, äh das Fleisch brauchen wir genau und das Fett genau oh ey, du hast hier gar nicht zugemacht ja ich leg, oh 16 Fleisch hab ich hier ich leg das Fleisch mal da rein ja, ähm warte, vorher mach ich aber eben mein, äh äh, Messer wieder ganz die Dinger aus meinem Inventar weil wir mal jetzt hier drin bleiben erstmal genau so, zack mal dazu machen ich hatte nur nicht zugemacht, weil wir jetzt draußen waren also von daher ja, denk dran, die Zaummies können hier trotzdem rein dann, ne Zeit ja, ist ja egal, dann hätten wir jetzt eben gekillt ähm, warte ich versuch schon mal das Fleisch am besten weil ich bestimmt wieder alle meine ganzen Steine abgelegt natürlich, weil ich so schlau bin aber egal äh das ist alles in der kleinen Kiste, ne genau das kommt alles in die Kleine so, auf jeden Fall, Freunde vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ähm, ja gehabt euch wohl, bis in der nächsten Folge Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.